Untertitelung des ZDF, 2020 40 Jugendliche tanzen, Kontakthof. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe gedacht, wir können so ein bisschen tanzen. Ein Stück von Pina Bausch. Als ich von der gehört habe, ich so, erst mal, wer ist das? Ich kenne die Frau nicht. Bei jedem Schritt sind Gefühle im Spiel. Nähe, Distanz, Zärtlichkeit, Vertrauen. Unsicherheit, Scham und immer wieder Mut. Ich bin da vielleicht so ein bisschen eigen. Ich öffne mich halt nicht so gerne vor anderen Leuten. Man hat Freundschaften geschlossen mit Leuten, die man so auf der Straße sehen würde. Sagen wir, nee, lass mal lieber. Dass das so eine wunderbare Gemeinschaft geworden ist. Das macht mich glücklich, ja. Nee, ich bin nicht aufgeregt. Ich weiß nicht, wer hat können. Ich habe auf genug geübt. Tanzträume. In Erinnerung an Pina Bausch. Koran Braun .